Ja, willkommen zurück zu Atlas und ja, ich habe, bevor ich hier Offscreen weiterbaue, doch noch eine Folge von Paddlewood und zwar, wir wollten doch wissen, ob es auch Glastüren gibt und es gibt sie. Der Befehl ist der da unten, GF-Mile-Door-Small-Glas-TS mit unterstreichen, dann kriegt er die Türen sozusagen, das sind erstmal die Stein und hier sind dann die Glastüren. So, das schauen wir uns jetzt natürlich mal an, ob das das Fenster geht, das geht. Ja, wie sieht denn das aus? Sieht gar nicht mal so schlecht aus, na gut, das ist ähnlich wie bei Arc. Hier unten, die werde ich mal mit normalen Fenstern draußen machen, hier setze ich mal zwei Bürschen ein. Hier kommen zwei normale Türen rein. So haben wir eigentlich Glastüren, da sieht das besser aus. Und oben bauen wir natürlich dann Glastfenster als Altergeiz. Das reicht natürlich nicht. Unklen ruhig, du hast Fenster rein. Da bin ich nicht böse. Einfach besser aussehen. So können wir kaum Dierer, die irgendwas kaputt machen könnten. Vielleicht wieder, ne? Wollen wir mal wieder hören. Zack. Geht gar nicht mehr was ins Land damit. Hier oben hatten wir ja keine Fenster, okay. Da sind wir durch. Hier oben haben wir normale Türen rein. So hat es nämlich eine Knasttür aussehen, na gut. Vielleicht ändere ich die nochmal aus Holz. Normale Türen. Hier kommen normale Fenster, haben wir gesagt. Da kommt das immer zum Platz, das weiß ich auch nicht. Da brauchen wir auch nochmal Läsche. Na, das ist neblich. Ja, das tut mich auch nicht. So, hier kommen natürlich jetzt wieder... ...eine rein. Na gut, da sind wir fertig. Na gut, da sind wir fertig. So, das Grundhaus ist fertig, würde ich sagen. Ach ne, ist es nicht. Können wir auch nochmal ein Glas reinmachen, sieht einfach besser aus. So. Gut, jetzt ist es fertig. Das hat 10.000 Strukturgeld eigentlich. Ja, liebe Leute, das war das mal eine Kurzfolge. Dann, ja, baue ich jetzt wirklich mal aufs Kriegen weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.